hallo und herzlich willkommen bei let's play arcs survival evolved ja nein hier ist nicht der kinderfresser nein nein ich bin es der helm ich bin noch ziemlich am naja bisschen erkältet aber nicht desto trotz werden wir hier schon weiter fleißig arbeiten wir bauen nämlich heute nicht hierhin pupen wir bauen nämlich heute unseren turm ja den habe ich mal ins auge fast er muss heute macht fertig werden an der burg passiert das schon so lange nix und das geht ja nicht wir müssen ja weiterkommen also habe ich meine drache mit im schlepptau der ist nämlich mein träger hier der hat mich leichte 1800 gewicht hat damit schleppen kann weil es sehr schön da kann ich nämlich schön immer die steine von der murmel da reinpacken ja und da geht das ganze ruck zuck denn ja hier herum reite wie die kleinen steine ja das ist zum beispiel der goldene stein in den abhackte ist ja normal eisen ja da kommen wirklich 100 steine pro schlag aus natürlich ziemlich genial ist aber da seid ihr auch ruck zuck am ende der tragkraft von der murmel angelangt und das ist natürlich nicht so schön bei wir ich muss umladen stehen bleiben so das ist natürlich ein bisschen nervig wenn ihr die ganze zeit umladen müsst aufsteigen absteigen umladen wie wie kann ich es alle tragen hier ich konnte alle tragen und wieder rein damit so und weiter geht's nächsten und vor allen dingen nützt er nichts wenn wir fleißig steine sammeln wir müssen auch was machen sei wie gesagt im letzten mal sind welche weggekommen möchte niemand unterstellen aber sie waren einfach nicht mehr da und das natürlich unschön wenn klamotten einfach verschwinden also burgteile da müsste schon ein bisschen gefahren hier so ein foundation kostet 600 steine da dauert schon eine weile ich bin jetzt bestimmt schon seit noch schlagen in anderthalb stunden am farmen oder ungern wer dann da zeugt wieder alles weg würde mich ärgern deswegen heute nägel mit köpfen wenn das zeug farben und werden doch sofort produzieren ist die produktion eröffnet gewick da oben hänge ich schon jetzt jetzt hänge ich in der doben kralle fest du baum das sei die beweg ich glaube geht zu fuß besser ich einfach absteige ich sehe nichts absteigen prima sehr gut nehmen wir den kram heraus kann ich alles nehmen was da ja passt alles hätte ich heute auch machen können übrigens ihr habt bestimmt schon drunter geschrieben hell warum machst alles von hand macht doch so am mensch mal ist ein bisschen dümmlich macht man alles so wie es am besten wäre komm mit ja von wegen schneller geht dann auch mit 17 stück doch hier kommt viel mehr raus 30 ist besser die 20 schneller die mobile bereitet hat ein bisschen lahm durch die gegen jawohl und vor allen dingen schützt mich der drache ich dabei bin ich bin hier vorhin vom mit dem mummel rumgerannt sind abgestiegen und da kam direkt im kanu angerannt und wie ihr wisst die armen tiere wir haben ja schon vor einiger zeit ein bisschen genervt sage ich mal damit muss man erst mal zurecht und so eine kann so ein kanu ist jetzt wirklich schon eine ziemliche bedrohung da muss man schon wirklich aufpassen man weiß ja nie was für ein level das ist wenn er gerade nebenan her rumstampft und grunzt ja schon gefährlich so ein kanuschen so ok kommen wir rollen nach hause ja pups noch mal oder ich oder wer auch immer jetzt hängen wir hier im sache fest hervorragend komme ich hier raus ich will hier raus da oben ist die mauer ja köttel ruhig noch kommen gut dann nehmen wir noch ein paar steine mit wenn du hier schon fleißig und kötteln bist ich habe mir ja richtig was an die wacke geklebt hätte ich ja gar nicht machen müssen ich dachte auch was auch so ein kleines bürgchen eine kleine burg und dann habe ich da noch eine foundation hingestellt und da noch eine foundation und ja was soll ich sagen ist halt ziemlich groß geworden weg den baum gehen wir aus dem weg er weigert sich eben nicht komisch der baum windig ok dann rollen wir mal so ist schon richtig sehr gut hier die lücke anpeilen kommen wir nach hause das sieht immer gut aus wie wir kommen wollen nicht was denn hier können wir auch noch weg gehauen ne habe ich eben schon probiert auch buggy kann man nichts dran machen ist halt so komm stampf hier nicht so viel rum kann ich hier hoch ja ja und so ein transportweg der muss auch noch dahin dass wir hier hoch kommen guckt euch das an da unten die viecher schon wieder jetzt müssen wir sogar aufpassen da gehe ich mal hin da muss ich mir schnell gucken die fliegen schon gegen die mauer bleib mal hier äh quatsch du folgst mir bitte sind die denn da fressen die schon die viecher komm her her du vogel am der nächste was willst du du wirst gerüstet ach komm komm kackvogel brennen oh und verstecken dann kommt er noch ich jetzt hingepackt da kommt er noch wir müssen noch mal gegrillt ist er vom himmel gefallen ja hier stehen ein paar draußen, der Koya steht draußen die stehen da rum ich habe schon ein paar in Sicherheit gebracht denn gestern ist der Server wohl abgeschmiert und da standen die ja alle in der Gegend rum Tore waren offen musste man alles zumachen oh, die blauen Fenster sehen auch schön aus hm, welche Fenster sehen denn schöner? die blauen oder die mit der Rose? die mit der Rose glaube ich sind klar, da kann man besser durchgucken und was hat er so? so sind im Turm nur diese Gittertüren drinnen ne? hier ist der halb offene Turm ach, damit er überhaupt rein und raus kommt ok hm, müssen wir mal gucken auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an zu bauen hier und wir dann nicht also erstmal eine Lage, komplette Wände runde Wände hier so am Rand ne? und oben macht man ein Spitzchen drauf warte das war äh, Wendemanöver komm da musst du hier erstmal dran gewöhnen der Drache hat natürlich eine riesen, riesen Wendekreis so, nicht nahe genug natürlich nicht äh, ein bisschen näher so, jetzt aber das muss reichen so, dann zeigt mir her, Kollege Fleisch, 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 Fleisch brauchen wir nicht so, und jetzt beginnt das ultra interessante Steine raus Steine rein und das und das und das und das ja, ich war nämlich so clever und hab dann noch so ein zweites Ding hingebaut hab ich mir letztes Mal beschwert hier, der ist ja nur, ne ihr seht in grün Portable Workstation ja und hier, das ist eine Royal Engineer Station hier kann man hier sind schon Burgteile drin die sind da alle schon Blueprints sind da drin aber das sind natürlich nicht alle das wusste ich nicht da hätte ich mir gespart weil die Burgteile zu erfinden kostet alles nur ein Punkt wirklich ein einzigen Lause Punkt und dafür oh nein jetzt mich zu weit weg oh nein shit äh drop 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 schmeiß weg den Mist so, näher ran und aufheben aufheben nein ist ich will aufheben mit shit ist es denn ja dann rüber, rüber, rüber aufheben 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 geht doch so nervig aber ist er gleich geschafft dann haben wir alle Steine rüber formuliert ist also steine ich höre jemanden angeflogen kommen das gefällt mir nicht gibt sie ärger ich hoffe nicht ist da mal gucken kontrollieren jetzt weg geflogen wer war das weiß man nicht habe ich ein bisschen ich will hier nicht in ruhe bauen und gleich verbrannt werden das hat ein problem und pvp so ihr habt nie eure ruhe kommt irgendwer vorbei und fängt dann an krawall zu schlagen das ist natürlich nicht schön aber ich wollte machen weg weg kann ich noch bewegen kaum bewegt sich der kopf vielleicht kommt der typ dann werde ich gegrillt schneller ein rheinburg teile wollen nervig leute hoch scrollen runter scrollen ein paar steine so jetzt aber jetzt war kommen die auch noch nimmst du die jetzt hat es genommen und rein damit so habe ich aber auch ein paar teile gebaut leicht gebaut spuckt da wir vorher ich hoffe nicht eine randale macht also muss ich gleich dann noch mal gucken ob der da friedlich ist ob der krawall macht im moment höre ich nichts muss ich gleich mal gucken fliegen aber zuerst warum wir jetzt hier ein bisschen burgteile und zwar rundeburg warum bauen wir jetzt als allererstes kraft struktur kraft ist die ist die richtige die halb rund oder ist die ganz rund das müsste seine model blablabla inside outside zu beraten ok dann baume eine kraft club da ist die werden wir jetzt mal hierhin so und jetzt gucken nur 6 ja genau sehr schön sagt die war genau richtig noch eine also schon fenster hinsetzen eine können wir ein fenster hinsetzen und eine nicht genau so machen wir hat so mit window 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 castle wall aha da ist bauma dankeschön so sehr schön dann kommt hier nämlich quasi die treppe hin ein stück höher geht ganz ruhig mit freund erschreckt mich doch nicht so heilige strohsäcke ich war ja ein herzinfarkt was fehlt denn hier jetzt ist steppes kraft nein nur ich mich nicht kraft fenster und wo und window wieso jeder nicht metall nein metall fehlt okay metall haben wir schlott flott geholt doch der kugel direkt mal aber der eben geflattert ist da ich nehme an der ist einfach weg geflogen hat nun mal geguckt warum denn noch metall da ist damit direkt hier steigen metall 20 also am besten 40 reicht dreimal exzellent los geht's so absteigen mit daraus da habe ich schon unter trottel steine rein metall rein window das hier was das das hier ist mit rose und das ist hier kasten wollte wieso geht das nicht dafür brauchen wir kristalle okay die habe ich nicht dann gucken wir mal window in so groß dingens statier block weiß nicht was sein soll was meckerte denn wo wir vielleicht ein window in der snap ein art das item ist part of color cycling system oder schön nehmen wir das wo kann ich jetzt herstellen müsste ich noch mal gucken ne window jetzt habe ich doch gerade gelernt kristalle kristalle dafür brauche ich kristalle das schöne ist jetzt kristalle brauche ich weiß nämlich gar nicht wo die kristalle sind sehr toll also muss ich rund fliegen muss kristalle besorgen 25 stück ist schon ganz schöner haufen ich glaube die liegen ja auch irgendwo rum jetzt wird der turmbau zu bade wird ewig dauern bis ich bin und wende und so weiter und danach aussehen oh nein das wird noch dauern die burg dort werde ich noch extrem lange beschäftigt sein ja zu eurem vergnügen werde ich hier weiter quälen und werde tausend teile abbauen damit wir das schön hinbekommen okay ja dann sag ich mal in diesem sinne bis zum nächsten mal habe die erde tschüss